jo mein lieben freunde willkommen da draußen was geht willkommen zu einem neuen kleinen etwas netten video ja ist eigentlich auch nur ein ankündigungs video wie ihr schon seht ihr habt hier meinen kanal im hintergrund und ja ich wollte einfach nur ein kleines stream ankündigungs video machen eigentlich ist geplant um halb fünf entschuldigung um halb fünf ein stream zu machen und das ist jetzt schon in einer halben stunde wenn das video hier online ist es ist ja keine ahnung wie viel Uhr und ja seid auf jeden fall mal dabei ich würde mich sehr freuen mit dabei ist auch noch ein anderer bongo der sich auch mal melden kann und ja der server den auf den wir gerade auf den wir streamen werden ist jetzt online und wir wollen noch ein bisschen vorbereiten für das dinge für den stream deswegen seid auf jeden fall mal gespannt und wir sehen uns dann vielleicht im stream